hallo und willkommen zurück bei RimWorld ja gestern kam keine folge und ja wie soll man sagen ich hatte ein bisschen wenig zeit war ein bisschen stressig und dann hatte ich einfach keinen bock hätte ich gesagt nö heute mal nicht dafür kam aber die erste folge von dead cells was übelst fun macht habe ich gemerkt und man kann einfach nicht aufhören ich habe einfach sechs folgen ich wollte eigentlich nur zwei folgen drei folgen vielleicht aufnehmen hat dann einfach sechs folgen aufgenommen ja so wie sieht es denn hier aus wir brauchen immer noch stahl hier muss noch aluminium gebaut werden das heißt manche leute müssen noch raus ja gut der tut ja eh weg also nichts besonderes das lage gefällt mir überhaupt nicht aber wir können leider nicht so viel drin lagern wir müssen drinnen unbedingt noch wir haben drinnen schon bauteile gelagert ach scheiß jetzt kann ich auch gar nicht jetzt habe ich gar nicht die kommentare aufgemacht es gab unter der letzten folge einen kommentar und davor so und ich meine ich hätte was gelesen wenn mich nicht alles täuscht war einer der kommentare hier die dass wir nicht so viele steine brauchen würden und das stimmt eigentlich auch wieso pausiere ich ich mache das aber nicht so dass ich die menge reduziere sondern ich tue tatsächlich ein paar draußen lagern dass dann leute die draußen arbeiten nicht die ganze zeit rein laufen müssen gut das ist jetzt nicht so nah kann man sagen copy paste copy paste gut dann ziehen wir die leute mal an die müssen ja jetzt arbeiten alle ich habe dich gesehen hocken nein 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 du kannst dich nicht drücken hier arbeitet jeder mit wurden hier die teile schon gebaut die sind gebaut dann nehme ich an dass die hier auch schon beschriftet wurden warte jetzt pausiere ich aber mal kurz sonst wird das hier wieder weg gemacht so hier ist sandstein wir haben hier slate kopieren wir das hier rein setzen das aber auf important und hier wir fügen es mal ein setzen es auf important und ändern jetzt die chunks sandstein granit ich meine ich hätte irgendwas gelesen dass du lieber hier ach wie soll ich sagen solche regale wo man dann hier die chunks rein tun kann was aber nicht geht ne also das geht nicht das wusste ich aber schon dass das nicht geht deswegen machen wir das dann lieber so aber der werkzeugkasten fehlt das stimmt natürlich wo war der noch mal hier oder passt der direkt daneben eigentlich ne und den setzen wir auf prefer so müsste eigentlich funktionieren hier müssen wir jetzt noch eine zone entfernen dann haben wir zumindest ein paar mehr blöcke drin nicht so viele ein paar mehr und ich glaube die pflanzen sollten ein bisschen verteilt werden oh dann stellen wir die einfach random irgendwo hin hier sind echt teilweise ziemlich viele an manchen stellen ich verteile die jetzt einfach random also total durcheinander irgendwie so dass es überhaupt keinen sinn mehr hat so wie die stehen und es mir total nicht gefällt aber okay hier muss auch noch was rein wobei da ist eine pflanze egal hier muss noch was rein die norm kann die zwei rosen behalten das dreieck finde ich aber auch nicht schlecht soll das ist aber genug verteilt oder soll ich hier das den auch noch zerstören na komm wir tun die mal woanders noch hin wo passt denn noch einer super hin hier will ich keinen reinsetzen ach komm wir tun hier noch einen hin was ist das denn wort wort muss auch hier rein wo finden wir denn hier das wort jetzt habe ich keine ahnung wo rosen sind und wo nicht aber ist ja egal so hier haben wir jetzt ja auch erweitert auch hier ist schon eine rose ach tatsächlich war das vorher schon die haben die einfach behalten was rose ist und was nicht ja holz brauchen wir im moment sogar gar nicht guck mal das traklabor braucht 50 da liegen 50 wobei wir müssten es gar nicht aus dings bauen okay okay dann vergammel doch holz so das könnte jetzt weg ich meine wir haben ja noch eisen so ist es nicht so mit was bauen wir jetzt mit slate oder granit wir haben noch nie mit sandstein gebaut tatsächlich na gut dann bauen wir mit sandstein ich will jetzt hier das krankenhaus bauen ja wäre das groß genug wenn ich jetzt hier die zwei alu türen rein knalle so das ist jetzt krankenhaus flügel ich würde sagen wir hämmern hier nochmal ein loch in die wand dann bauen wir hier oben noch eine wohnung dran setzen aber ein raus damit der dach nicht einstürzt sicher ist sicher sondern müssen wir alle leute wieder ihren anzug geben so leute anziehen jetzt wird hier arbeitet ich bin immer noch unschlüssig wenn ich jetzt wegen greyfair keeper warten soll ich habe jetzt extra halt der zell geholt planet base und oxygen not included ist ja eh steam summer sail ich bin jetzt alles geholt nur um mich abzulenken und es vielleicht zu überstehen bis es rauskommt kommt am 15.8 raus ist ja nicht mehr so lang ob ich so lange warten kann weiß ich nicht ja das lade ich ja jetzt hoch oxygen include habe ich jetzt mal rein geguckt weil das ist gar nicht so easy und es hat jetzt sage ich mal kein tutorial zumindest habe ich jetzt keins gefunden dass ich da nicht wieder rein stürze muss ich aber erstmal gucken ob ich das überhaupt aufnehmen darf selbe mit planet base muss ich auch noch gucken ob ich überhaupt aufnehmen darf das fand ich halt sehr interessant weil das hat mich irgendwie ein bisschen hier direkt an survival at mars und hier an hier den mars modell erinnert deswegen habe ich mir das auch geholt obwohl da sehr schlechte kritik über die ja also die ki ist aber who knows wir haben ja alle geschrieben im sail kann man sich das mal gönnen und daher der summer sail ist schon wieder irgendwie so ein dust storm ich überlege gerade ob wir vielleicht hier oben auch irgendwie so einen lager so einen kleinen lagerplatz machen ja komm wir setzen hier mal was hin expanding roof machen hier einen hier einen hin ich pausier gerade mal damit die da nicht irgendeinen scheiß wieder rein tragen so clear all important wobei die tragen den scheiß ja eigentlich auch immer wieder weg apparellos kommen weg das kommt auch weg chunks kommen auch weg food kommt auch weg man faction kann bleiben zumindest der hier machen mal copy paste machen wir den mal weg so wo sind hier raw resources kommt hier einmal steel hin den kopien wir jetzt den pasten und setzen hier nochmal aluminium rein aluminium so damit wir hier zur reparatur schon sachen liegen haben jetzt müssten wir dieses konstrukt eigentlich nochmal hier unten hin bauen und hier hin bauen tatsächlich plume ist wieder da haben wir schon gefragt wo plume bleibt hier haben wir eine granit wand ne ja gut hier diese beiden granit ponökel das ist ja eh nur deko ja so dann setzen wir hier die stockpiles hin machen jetzt die expanded roof area und machen hier noch einen stockpile hin warte den einen können wir ja schon mal passen ja paste paste wo ist aluminium da ist aluminium paste so manufakten components theoretisch müssten wir auch polymer da einfügen ne aber hier draußen haben wir nirgendwo polymer polymer haben wir mehr drinnen so jetzt gucken wir mal wasser ist gesetzt ich überlege gerade ob wir hier auch zumachen sollen aber wir machen hier am besten noch einen boden hin zumindest so zwei bleiben immer übrig hier hier der zement ist echt der teuerste boden hier ne also es ist schon warte so ja wobei ich würde sagen dann machen wir den rest voll mit aluminium ja komm machen wir den rest voll mit aluminium so strom ist auch gesetzt naja hier oben fehlen halt so ein paar teile aber theoretisch könnten wir wieder was los schicken können wir ballern mal einen los der cargo 2 ist auf returning base na komm wir schicken cargo 1 der hat ein nuclear fuel mit fuel fuel das ist nicht schlecht ich glaube wir schicken nochmal einmal den hier mit medizin haben wir noch medizin haben wir noch medical supplies entertainment camp arcade mit close potatoes ready meal ja das man hier nicht unterscheiden kann ist auch ein bisschen doof ne weil dann ballern wir mit denen hier voll wieder aber steel ist dann direkt wieder weg ja nahrung wird eng hier ne vielleicht ballern wir noch mal zwei nahrungen raus und schießen den direkt los weil könnte eng werden also wenn die leute sterben wissen wir ja warum ne und wir haben auch kein schiff wo wir die reinsetzen können wenn jetzt noch ein schiff da wäre hätte ich jetzt ins schiff gesetzt weil im schiff wären die safe ja vor hunger und sowas das wäre so der trick das heißt wir müssen noch ein gewächs ausbauen so ein scheiß wie viele betten brauchen wir denn noch zwei ja gut wenn die plume da ist wachs wächst da ja auch nichts ne ich überlege gerade wenn wir einen hier wenn wir die sonnenlampe teilweise einfach nur verteilen dass die weiter wachsen ich meine dann ist auch die plume wir stellen eine hin aber nur beim essen der rest ist egal ja und wir vergessen wir vergessen nö blume ist weg die sonnenlampe ist ja nachts sowieso aus ich jetzt mit sandstein ja wäre doch cool wenn man hier so vormerken könnte welcher als erstes landet so der ist auch voll so der ist auch voll was eidelt ach hier geht es mal weiter dann kann der jetzt auch weggerupft werden hier bricht ja alles zusammen so können die nicht gute prothesen vorbeischicken das gibt es doch nicht alter wir haben minus 50 grad draußen was denn da los wir kriegen das drinnen hier niemals erhitzt na gut die räume sind erhitzt nicht alle ja gut die haben hier alle noch eine extra heizung hier im flur haben wir 13 grad nur das können wir so nicht lassen das heißt wir müssen jetzt hier auch random heizungen überall hinstellen vor allem brauchen wir ziemlich viele heizungen hier beim bei dem damit die pflanzen die sterben wir haben wir gar keinen strom durchgelegt naja wir knallen einfach überall irgendwelche heizungen hin hier muss es warm sein co2 wie sieht es aus wird weniger soll aber auch nicht sein setzen wir hier beim hopfen noch einen hin jetzt sind schon wieder alle am eideln was denn los bei denen haben die alle nichts zu tun oder was man sieht die sandsteinwand scheiße aus neben der slate wand und der granitwand ich wollte es nur mal gesagt haben aber wir haben es ja gebaut wieso ruppen wir nicht einfach diesen ganzen stein komplex weg hier theoretisch könnten wir das machen ist das hier überhaupt noch sonne eigentlich ich glaube wir probieren das hier mal aus wir hier auch noch skylight setzen die dann funktionieren also ich meine hier ist ja gestein wir setzen hier jetzt mal in skylight hin und gucken mal überleuchtet tagsüber wäre auf jeden fall lustig wie gut der ist gearbeitet danke guck mal hier wieso kocht denn hier keiner naja wenigstens ist ein stein gut dabei stahl herzustellen ne der raum ist wenigstens fertig hier ja wir müssen auch noch einen friedhof bauen am friedhof bauen sind wir dann ja geübt ne vor allem wenn wir dann ich hab mir auch schon gedacht ne wir haben jetzt in der anderen basis ja unseren so richtig geilen guten friedhof und jetzt spielen wir dann hier diesen friedhof wächter da nicht schlecht so eine spitzhacke ja die haben spitzhacke gut guck mal wenn ihr die slate brocken trägt ne dann könnt ihr vier davon hier hinlegen so sieht es also aus haken ach sieh mal einer an galileo spielt einen auf batman ein medikit ein medikit schön ach klappt das jetzt eigentlich mit der kleider ordnung na gut die werden ja sozusagen erzwungen also muss das eigentlich funktionieren weil ich stehen alle auf hohen wenn jetzt auch die rakete hier könnten die hier und die bringt leute egal wie gut die sind wir schicken alle drei zurück weil wir können ja nicht mal unsere jetzt ernähren der trend sieht nicht gut aus für uns im moment und das ohne blume stellen wir vor jetzt kommt hier noch die seuche dann haben wir verloren können wir direkt neu anfangen gescheitert wegen essen so sandstein der boden wird teuer das problem ist wo bekommen wir silber her wo bekommen wir silber her ja denn wir haben null silber das heißt wir müssen vielleicht doch ressourcen jagen wir haben irgendwo mal gold gefunden gelber das ist das ist die aber ich sehe hier nirgendwo silber ich habe kein aluminium mehr also hier war ja sonst immer alles voller aluminium diese bauxite sie nur noch eisen wäre cool wenn man so handeln könnte dazu müssten wir dieses teil mal bauen würde theoretisch in flur passen hier nicht mehr in den flur würde er passen wir setzen einfach mal hin vielleicht bringt es ja was wenn wir handeln können und so silber bekommen und sonst müssen wir den boden ändern ach wir müssen sowieso noch einen forschungsraum bauen habe ich noch gar nicht gebaut wie viele kranken betten bauen wir denn viel stück sollte reichen da wir ja hier ähnlich angegriffen werden tun wir hier einen monitor hin hier einen monitor müssen natürlich noch strom reinballern könnten wir hier theoretischen fernseher hier noch irgendwie ein fernseher hier wird ein klein kommt dann ein kleiner lagerraum hin bauen wir vielleicht hier auch das drogenlabor hin wo dann medizin produziert wird ach lass die party feiern da müssen wir nicht dabei sein wir können es ja mal hier hinstellen stellen wir uns mal hier hin bad temperature ist doch keine bad temperature knallen hier einfach nieder in die ecke hier noch ein dings und ein ventilator hier wo waren die vents hier so ein ventilator noch dran geballert so dann bauen wir mal weiter hier mit slate den weg wobei wir bauen hier erstmal zu ohi der skylight mitten im weg das gibt es ja nicht so expanding roof area wobei dann lassen wir den mal bevor die da was es will es will begann bekommt einer schaden jetzt stellen die ganzen pflanzen weg oder was weil die temperatur runter geht ok der ist los na gut die haben wenigstens noch die ressourcen geerntet aber wir können ja ein paar leute nochmal rausschicken mal wie alle da rechts rüber rennen da muss natürlich jetzt gearbeitet werden ne hardcore arbeit ist da drüben ohne kompromisse die noch wie lange pennst du noch nein die pflanzen sterben nein na gut wir haben ein bisschen gesammelt da und der kann alleine nicht genug wärme produzieren schade eigentlich naja ein paar grad hält es wärmer wenn wir vielleicht hier die außentemperatur hier einen doppelten gemacht hätten würde das vielleicht gehen mal mal immer wenigstens doch bald zu ne oh endlich dann kann es wieder warm werden und wir können wieder anpassen das hat jetzt höchste priorität da ja hawken gute arbeit newton sorry so das wird jetzt wehtun wahrscheinlich oh ja hier ist jetzt gefährlich das dauert ein bisschen hier ist noch okay hier ist nichts mehr hier beschwert sich noch keiner jetzt kommt schon wieder eine blume was ist denn da los aber wir können hier schon mal den boden machen so der olymer wir knallen jetzt trotzdem die skylights rein ist ja pieps schnurz egal so zone inside hier wird schön gekocht gut dann haben wir wieder ein bisschen mahlzeiten na ja zählt jetzt auch zu inside nur dass es hier nachts noch dunkel ist das heißt wir müssen jetzt sowieso strom durchlegen hier ist ja schon gelegt ach komm was soll der jetzt legen wir doppelt so hier muss natürlich auch eine normale lampe rein mal gucken ob das reicht kommt dann bei mir direkt hier irgendwo ein paar blumentöpfchen hin so gut das war es dann aber auch für diese folge wir sehen uns in der nächsten folge wieder holen ab beds alot got to do got 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 got